Also, wie war nochmal die Spielregel? Ich schieß auf dich und du schieß auf mich, oder? Nee, umgekehrt, oder? Von den Machern des Neo-Magazin Royale Der neue Kutscher-Eschten ist wirklich patent. Kommen vier Meisterwerke der deutschsprachigen Literatur. Spannend, erotisch, feministisch. Du bist so schwer geworden. Ich bin schwanger. Krass, direkt bei der ersten Vergewaltigung? Dass sie ein kleines bisschen besser aufpassen können? Unglaublich vulgär. Einer Minderjährigen ein Betäubungsmittel für ihre Mutter zuzustecken, um ungestört Geschlechtsverkehr mit ihr haben zu können. Fällt das noch unter Sturm und Drang, oder? Absolutes Scheißbuch. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Wenn du zu doof bist, bist du zu doof. Das ist Dürrenmatt. Wir lernen und weniger wichsen. Es ist alles drin. Liebe, Tiere, ein Familiendrama, lustige Asoziale. Ich bin der Prokurist. Ich bin immer schon der Prokurist gewesen. Als dann eines Tages der Prokurist vor der Tür stand, habe ich mich natürlich schon gefragt, was ist eigentlich ein Prokurist? Erstmals angemessen interpretiert, erzählt, inszeniert und aufgeführt. Ich dachte, ich könnte vielleicht heute Abend vorbeikommen. Wir könnten zusammen eine romantische Komödie lesen oder so. Ich habe unbändige Lust, monatelang mit dir rumzufügeln. Wie jetzt? Wascht dir die Scheide? Der Herr Baron möchte dich heute Abend zum ersten Mal vergewaltigen. Ganz ehrlich? Ich war mir gleich sicher, dass der simuliert. Der wollte sich nur vor der Arbeit drücken. Dummer Pisser. Papalapap, dann los. Verrat. Das ist mein Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner. Du bist die Schlampe. Ich bin normaler Mensch. Ich will jetzt nicht übertrieben misstrauisch wirken, aber ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft? Nach deinem Tod bekomme ich halt deine Seele, aber sonst... Gewalt. Ich habe der faulen Sau dann so eingegeben, dass er kurz davor war, sich eine Fackelmann-Mütze aufzusetzen. Liebe. Ich möchte dich mal wieder nackt sehen mit deinen prächtigen Hintern. Deine kleinen frechen Bröste reiben sich an einem muskulösen Verschwitz... Nanananananananana. Holen Sie den Videowagen aus dem Medienraum für die letzte Stunde Deutschunterricht vor dem Sommer. Letzte Stunde vor den Ferien. Am 22. Juni in ZDF Neo. Wird eine super Sendung. Hashtag Letzte Stunde. Hm. Teechen. Wird eine super kochen. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017